Bitcoin und Ethereum. Was die nächste Bewegung? Lass uns das in den Charts herausfinden. Hallo, das ist Arnold Schwarzenegger und wir haben gesehen, dass Bitcoin sich zurückgezogen hat von diesem Widerstandsbereich. Wie weit kann es gehen? Wir werden darüber reden und viel mehr in der heutigen Sendung. Eigentlich bin ich Da Vinci Jeremy. Und ich habe nur etwas Spaß. Wie geht's euch da draußen? Ich bin in the pipe, 5x5, versuche am Leben zu bleiben hier in Dubai und ich sehe mir die Charts an und sehe, was abgeht mit Bitcoin und Ethereum und natürlich auch die Dominanz, um zu sehen, wie wir das traden können, um zu überleben. Also lasst uns jetzt damit weitermachen, aber bevor ich das tue, denkt dran, ihr könnt das traden bei bybit.davincij15.com oder femex.davincij15.com. Also geht darüber und dann könnt ihr 4100 Dollar am Bonus erhalten. Ein Einzahlungsbonus, wenn ihr da ein Konto öffnet. Das ist ziemlich einfach. Links sind in der Beschreibung von dem Video und dann könnt ihr da kostenlos eigentlich traden. Okay. Wie ich gedacht habe, denkt dran, wir haben darüber geredet, über die Hoffnungsträume, dass wir hier durchbrechen, über die 41.000 Dollar und dann werden wir hochgehen zu den 45.000, wieder unsere Hoffnungsträume und dann kommen wir wieder runter. Ich meine, das funktioniert richtig gut. Wahnsinnig, wie ein Uhrwerk. Und wir werden höchstwahrscheinlich wieder runtergehen zu den 41.000. Also wenn wir diesen Bereich halten könnten und wir wieder hochkommen und das nochmal treffen, dann werden wir höchstwahrscheinlich durchbrechen und dann haben wir eigentlich freie Fahrt voraus. Also ich werde danach suchen, dass hier zu long bei dieser Unterstützung sollte das halten und dann werde ich sehen, wo uns das hinbringt, weil das könnte uns bis zu den 52.000 Dollar bringen. Wenn wir durch die 45.000 gehen, das wäre toll, oder? Wem würde das nicht gefallen? Aber lasst uns sehen. Ihr könnt sehen, dass der Rock'n'Brainer hier ein Verkaufssignal uns gegeben hat und jetzt sagt es immer noch verkaufen auf der 4-stündigen Chart. Also ja, wir müssen warten, bis wir hier diese Wände sehen und es uns ein Kaufssignal gibt. Ob wir das hier bekommen, hier in diesem Bereich, dann sollten wir das nehmen, wenn wir wieder nach oben gehen. Definitiv, ganz sicher. Weil das wird eine gute Bewegung und wenn ihr diesen Rock'n'Brainer Indikator haben wollt, diesen einfachen Indikator auf euren Charts, dann könnt ihr das tun, indem ihr rüber geht zu payment.rock'n'brainer.io und denkt dran, ihr könnt euer TradingView Konto bekommen, indem ihr rüber geht zu tradingview.davincij15.com und denkt dran, meldet euch an bei den Davitas, weil es nicht sehr viele gibt, nur 915 Stück, die vergeben werden. Ich verschenke die nicht, aber man müsste eine kleine Fee für das Minden zahlen. Also ihr wollt die Möglichkeit haben, diese NFTs zu kaufen, weil es werden sehr viele Bonuspreise geben. Ganz besonders, wenn wir in Zukunft irgendwas minten, dann hast du garantiert einen Whitelistplatz, in dem du einen von diesen NFTs besitzt. Oh, jetzt habe ich gerade den Bonus verraten. Über das NFT. Okay. Ethereum hat sich zurückgezogen. Ihr könnt sehen, wir haben ziemlich das gleiche gemacht. Wir haben eine doppelte Spitze in der Nähe dieser Widerstandsbereiche. Eigentlich könnte man jetzt sagen, da Vinci, hier fehlen irgendwelche Widerstandsbereiche. Wenn du das siehst mit diesem Pullback vor diesem anderen Widerstandsbereich. Also wir könnten sagen, dass das hier ein Widerstand ist. Was ist hier passiert? Also das ist Widerstandswiderstand genau hier. Da haben wir es. Und wir könnten auch sagen, ja, wir können sehen, dass es den ganzen Weg nach da geht. Wir haben hier zweimal diesen Widerstandsbereich getroffen und jetzt gehen wir wieder zurück zur Unterstützung. Das ist definitiv eine Unterstützung. Wir haben das vorher schon mal getestet und jetzt haben wir das nochmal getestet und behalten das jetzt. Und das wäre sehr positiv. Sollten wir jetzt weiter nach oben gehen. Also lass uns einfach sehen, wie sich das entwickelt, ob es weiter nach oben geht. Und wenn es das nicht hält, dann müssten wir diese Trendlinie, diese aufwärts steigende Trendlinie halten. Okay. Denkt dran, besorgt euch euren DJ15 Token. Bei denk dran, ich burn die wie verrückt. Also die Preise werden nach oben gehen. Bei dem DJ15 Token. Und ihr wollt das nicht verpassen. Und natürlich auch meine ganzen Einnahmen. Davon nehme ich 12,5 Prozent, um den DJ15 Token zu kaufen und den zu burnen. Also geht sicher, dass ihr welche habt. Und lasst uns jetzt rübergehen zur Dominanz. Und lasst uns sehen, was da abgeht. Die Dominanz geht jetzt wieder nach oben. Genauso wie ich es gedacht habe. Das ist eine bullische Situation für die Dominanz. Die Altcoins werden zerstört in der nächsten Zeit. Also nur, dass ihr wisst. Ihr wollt vielleicht in Bitcoin einsteigen und warten, bis die Dominanz sich wieder umdrehen. Und uns ein Signal gibt, dass wir uns umdrehen. Und das ist gerade nicht der Fall. Und wir möchten die Little Old Lady Strategy benutzen, um mehr Bitcoin zu haben. Weil wir wissen, dass Bitcoin echt ist. Bitcoin ist hier, um zu bleiben. Und ihr müsst ein Teil davon sein. Danke, dass ihr geschaut habt.